Jetzt mal gleich tun, wenn wir hier was so wert ist. Mich! Ich brauche noch mehr. Da haben wir keine mehr. Ne, muss man machen, aber Eisenbahnen sind ja genug da. Ich habe drei Stück jetzt mitgehabt, drei Eisenspitzhacken. Oha, da unten ist Zinn, würde ich mal sagen. Oder ist das hier Zinn? Ich glaube, das ist Zinn, ja. Das weiß oder das hellblaue? Was? Was ist jetzt Zinn, hell oder weiß, äh, das weiß oder das hellblaue? Ich weiß es nicht, ich glaube das hellblaue ist Silber. Wenn mich nicht alles täuscht. Tinn. Stimmt. Das ganze ja noch als Zinn. Zinn. Doch. Da ist es noch Zinn. Tenor. Tenor. Das ist Eisen. Komm. Steck. 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 Da hat es ein Eisenvorkommen hier. 16, 17 Eisen auf einem Fleck. Äh. Heutzutage leider normal. Ja. Gott sei Dank. Irgendwo aber auch, weil dann haben wir wenigst genug für Werkzeuge und so. Früher war alles besser. Nee, gar nicht, war nicht alles. Hm. Wenn du dir überlegst, dass du eine Welt direkt wieder löschen konntest, wenn du vor nach Einbruch keine Fackeln gefunden hattest. Haha. Klasse. Das kennt die heutige Jugend gar nicht mehr. Haha. Doch ich kenn's noch, weil ich hab damals angefangen mit einer gecrackten Alpha Version. gesagt Jugend. Nicht alte Säcke. Ja, danke. Haha. Sagt der Richtige. So viel Jünger bist du auch nicht. Ah. Doch. Fast ein Dekant. Nein. Haha. Dann lass mir meine Träume. Ähm. Gut. Höhle. Soll ich euch finden. Woh. Wäre eine Idee. Okay. Ich suche eine Höhle. Ich finde, ich geh wieder nach Hause. Haha. Ja. 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 Kerle. Ich glaube nicht, meine Schulf深.. Kyuck. Das ist ein Spawner. Wenn du ihn gegratn hast. Das ist ein Spawner. Oh he. Was nen angry zombie. Ich glaube nicht. PRES億 bisschen mit Phasen. An okpt. Österreich. Ja du. Ich bleibe so abgehört. Nyesel. auch ein Zombie jetzt. Ist aber gut hier. Gucken wir mal ob wir hier irgendwo hängen. Oh, ich hab schon gar vergessen. Ja, hier im Dschungelbiom bei uns um die Ecke. Das freundliche Dschungelbiom um die Ecke. Ja. Na toll, jetzt komm schon hier hoch. Was ist das? Was hör dich nicht mehr? Ich habe auch gerade relativ leise gesprochen. Das war jetzt mehr für mich selbst. Ich hab's mitgekriegt. So, dort Wasser mal eben ablaufen lassen. Höhle, Höhle. Du musst aber auch ein bisschen lauter reden, weil du kommst über den TS grad nicht rüber. Oh, Entschuldigung. Ähm, Papp. Menge Eisen. Ich hätte aber gern, Tim. Nehmen wir diese Ansprüche. Eisen und Kupfer ohne Ende. Spannend. Auf Abfarmen. So cool. Wollte ich immer schon machen. Deswegen hab ich mir Minecraft damals gekauft. Einfach stundenlang in einer Höhle schnitzen kann. Und Zeug abfarmen kann. Weil das so cool ist. Oh, Mann. Das ist irgendwie... Weiß nicht, das ist so der worst part of Minecraft. Könnte ich nicht sagen. Zumindest nicht, wenn Monster angeschaltet sind. Ja. Das macht das Ganze noch ein bisschen interessanter, aber... Oh mein Gott, ey. Was sind denn... Die Erzvorkommen hier sind aber besonders groß. Also so groß sind eben Vanilla-Minecraft aber nicht. Hast du schon mal ein Schokoladen-Minecraft gesehen? Ähm... Entschuldigung. Ja. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Oh Gott. Mh. Nein. Also ich find die sind völlig normale Vorkommen. Ehrlich normale Vorkommen. Ja, ja. So. Ich hab' jetzt schon anderthalb Stacks Eisen. Eisen ist ja nicht wertvoll. Aua, aua, aua. Wo sch... Oh, 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 oh. Hier ist dunkel. Und das schlimmste ist, ich hab' kein Schwert mehr. Ja. So. Jetzt aber. Stirb. Jetzt muss ich hier mal kurz ausleuchten, damit auch ihr wieder was seht. Keine Ahnung, ob was ist, was ich hier abbaue. Ob was was wert ist. Du, ich baue einfach alles ab, was anders aussieht als Stone. Appetiter. Was ist denn Appetiter? Appetiter. Appetiter. Okay, warte mal. Was hat das für ein Ding? Uh, Kristallunterne. Okay. Ich kann's zumindest für den gebrauchen. Für, äh, Verzauberung. Mir kommt nichts mehr raus. Nee. Mein Internet ist wieder weg. Bis gleich. Kurze Pause. So. So. Da sind wir wieder. Ei. Moment, ich muss hier wieder meine F9 drumlos machen. Ich glaub ich hab's hingewischt. Ähm. Lass das Zeug jetzt mal hier stehen, das ist viel zu viel. So. Hm. Hm. Und die Scharze. Ich hätt gern Sinn, der Rest interessiert mich eigentlich relativ wenig. Soll ich, wie gesagt, ehrlich zugeben. Kupfer, das nehm ich auch noch mit. Kupferkabel brauchen auch immer. Also ich würd sagen, ich nehm halt, wie gesagt, alles mit. Ganz aber, man weiß nie wann man's braucht und wofür man's braucht. Ja, aber, ne, das ist mir zu viel hier. Ich hab jetzt schon 2,5 Stacks aus diesem Erzvorkommen hier gekriegt. Und das ist noch nicht mal zur Hälfte abgebaut. Also, ne. Ich werd's lassen. Ich werd hier mal gucken, ob... Ey, Eisen. Ich will aber kein Eisen haben. Ich hätt kein Zinn. Zinn hab ich ein bisschen was gefunden. Äh, 14 mal Tin-Ohr. Ja. Aber kein auf Deutsch Zinn. Dafür alles andere. Und hier scheint irgendwo ein Spawner zu sein. Ich bin mir nicht sicher, aber so viel Skelette wie hier rumheizen. Boah nach mir auch. Nein, freut mich. Sonst unter der Mine gehabt. Ja. Kannst du eigentlich oben auf der Map ganz gut sehen, wenn die wirklich alles auf einen Ding liegt. Ich hab die Monster irgendwie ausgeschaltet. Ich weiß aber auch grad nicht mehr, wie man sie einschalten. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Ich sollte auch mal Essen nicht vergessen hier. Essen nicht vergessen. Weil meine Herzen regenerieren sich nicht. Brauchen wir nicht. Hohle. Ich brauch eine Hohle. So. Dann gehen wir mal weiter in die Höhle. Ist auch sehr cool im Dunkeln immer Höhlen zu suchen. Das macht eigentlich nicht mutig. Hahaha. Da ist ein Bär. Da ist ein Bär. Da ist ein Bär. Da ist eine Höhle. Da ist nix. Zip. 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 Wohl hier auf das freie Feld gehen. Oh Gott, das wird mich töten. Ich hätte jetzt gern ein paar Knochen, dann könnte ich vielleicht mit dem Wolf zählen. Das probier ich. Kripa, Sandfarm. Oh, ich sollte... Oh, was bringt das Essen? Das Essen nicht vergessen, ne? Wie war das gerade noch? Hat mich hier gerade schon wieder irgendwer versucht abzuschießen? Hm? Ach. Ich... Ich... Ne, ne. Das ist Tin. Echt? Ja. Geil. Das ist nämlich doch das hellblaue. Das Silbane ist Silber. Klingt auch irgendwie einleuchtend, wenn man mal... Ne, Aluminium. Erz war das. Okay. Aluminium brauchen wir aber so weit wie ich weiß, glaube ich auch später noch. Oh, hallo Spinne. So, ist hier noch irgendwo was gerade? Das finde ich auch so cool. Dieses eingebaute, dieses Erze in Gravel. Ja. Die finde ich ziemlich, also von der Idee her finde ich das ziemlich gut gemacht. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir gerade nicht, das brauchen wir nicht. Die Klauen können wir mal behalten. Die Büsche sind... Ah ja. Ah, hallo! Oh, hallo! Ah, hallo! Ein bisschen Platz gemacht. actually. dein Kopf war drin, das war's, da ist jetzt liegen. Nice and easy. Ah, hallo! Ah, hallo! Das ist gleichhaft. Ah, hallo! Ah, hallo! Ich hab' noch mit Schlarett, ich hab' noch mit Schlüch. ich habe eine menge kohle freigelegt das ist eine große höhle die ich hier habe damit mit der labe ist passiert und nein im gegensatz zu den meisten menschen habe ich was du meine fresse die höhle hört ja gar nicht mehr auf ich glaube lecky du kommst jetzt mal zu mir ganz geil weil sie ist ewig groß 690 740 hier sondern minus was 690 690 37 so rum alles plus ja ja ich kann mir die weit von uns ja benennen wie ich will das ist mir ja total egal weil wir werden ja eh gelöscht richtig hurra ich bin etwa 500 meter davon entfernt hast du auch rüstungen dir zufällig gemacht ich habe immer noch die der rüstung an wie vorher das heißt die stahlhose die hellseite sehr viel aus ah ne 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 ja ich lauf gerade mit einer hand weil ich die andere brauche sie so richtig zu benutzen 420 jahrhundert jetzt renne ich einer an unserem haus vorbei du bist genau in die andere richtung gerannt ja die ganzen löcher gemacht die sind ja voll eklig ich glaube das ist diese komische creeper farm methode ah von der habe ich gedacht die soll echt gut sein zum sand farmburg ja ja oh man was hältst du eigentlich doch von äh von ähm sag mal ganz schnell es gibt ja viele äh let's player auch die hingehen der waren heutzutage normal mini 1 2 2 3 2 3